Kein Betreff Nachricht von Miss Annette Zekora Abidjan, ökonomisches Kapital der Elfenbeinküsse Rechtsmittel für Unternehmen Assistance Erlauben Sie mir, Ihnen von meinem Wunsch zu gehen, in Geschäftsbeziehungen mit Ihnen zu informieren. Ich sie kontaktiert, nachdem sie durch ihr Profil, ich betete darüber und ausgewählten ihren Namen, unter anderem Namen, aufgrund seiner wertschätzenden Art und den Empfehlungen für mich als seriös und vertrauenswürdig Person, die ich Geschäft mit und durch die Weiterempfehlung gegeben, muss ich nicht zögern, in die Sie für diese einfache und ehrliche Unternehmen anzuvertrauen. Ich bin Miss Annette Zekora, die einzige Tochter des verstorbenen Mister und Mrs. Christopher Zekora. Mein Vater war ein sehr wohlhabender Kaufmann Kakao in Abidjan, der wirtschaftlichen Hauptstadt der Elfenbeinküste. Mein Vater wurde zum Tode durch seine Geschäftspartner auf einem ihrer Ausflüge auf einer Geschäftsreise vergiftet. Meine Mutter starb, als ich ein Baby war und seitdem mein Vater hat mich so besonders macht. Vor dem Tod meines verstorbenen geliebten Vater im vergangenen Jahr in einem privaten Krankenhaus hier in Abidjan, er heimlich rief mich auf sein Bettseite und erzählte mir, dass er die Summe von 10.500.000 USA-Dollar, USD 10,5 Millionen, links im festen Zwischenkonto links, in einer der Hauptbank hier in Abidjan, dass er meinen Namen als seine einzige Tochter für die nächsten Angehörigen in einer Hinterlegung des Fonds. Er erklärte mir auch, dass es ist wegen dieser Fülle, die er vergiftet wurde, war von seinen Geschäftspartnern. Das sollte ich für einen ausländischen Partner zu suchen, in einem Land meiner Wahl, wo ich dieses Geld überweisen und verwenden Sie es für die Investitionen, Zweck wie Immobilienmanagement oder Hotelmanagement. Lieber, ich bin ehrenvoll, suche deine Hilfe folgende Weise. In Klammern 1. Um ein neues leeres Bankkonto, in die dieses Geld übergeben werden, würde liefern. In Klammern 2. Um als Hüterin dieses Fonds dienen. In Klammern 3. Zu Einrichtungen machen, für mich zu kommen, um ihr Land weiter zu meiner Ausbildung und um meine Aufenthaltsgenehmigung zu sichern. Außerdem, Liebe, ich bin bereit, Ihnen 20% der Gesamtsumme bieten, als Entschädigung für Ihre Mühe, Schrägstrich eingangs nach der erfolgreichen Übertragung von diesen Fonds in Ihr angegebenes Konto im Übersee, im Vorgriff darauf, von Ihnen bald zu hören. Vielen Dank und weiterhin segnen. Hochachtungsvoll, Annette Zuckora. Hoch değil, ich bin aufs Heimat für die Göttinger. Vielen Dank.